Deine Gedanken, also du gehst schon bewusster jetzt mit vielen Dingen um was vor. Du hast von mir gesagt, dass du schon findest, dass sich da was verändert hat in deinem Bewusstsein. Ja, du hast schon etwas Positives in mir, in mir fänden. Ja, nein, das ist tatsächlich so. Ich bin so stolz, Sascha, ich finde das doch schön. Ja, wenn man aus dem Konsum kommt und wirklich nur konsumiert hat von vornherein und das auch nicht anders kennt, weil man es halt jahrelang gelebt hat, die Kohle für allmöglichen Scheiß rausgeschmissen hat und jetzt dann einfach mal bewusst dahin guckt, das muss man auch erstmal lernen. Vielleicht kannst du noch direkt was dazu sagen, Sascha. Und zwar, weil du kennst mich ja jetzt, ne? Auch ein bisschen näher. Ja. Und es ist ja so, also ich habe ja viele Videos über Minimalismus gemacht, über Bewusstleben, über so Dinge halt, wo ich mir darüber Gedanken mache. Und dann kommen auch immer wieder irgendwie so Kommentare, keine Ahnung, dass das vielleicht, also ich würde hier einen erzählen, aber ich lebe das nicht wirklich oder wie auch immer. Also ich bin ja jetzt kein Minimalist, der irgendwie so 100 Teile besitzt, sondern wir haben schon mehr Kram. Und natürlich jetzt, da wir jetzt zusammenleben, ist natürlich auch mehr Kram da. Und dadurch, ja, dass man auch noch Kinder hier hat, ist natürlich auch noch mehr Kram da. Also es geht mir ja nicht nur nach meiner Nase, denn auch ich habe dann Kompromisse, bin ich eingegangen, ja? Und wir haben jetzt Sachen, die ich aussortieren würde, wo Sascha sagt, nee, aber hör mal, das geht nicht mehr, das will ich behalten, ja? Oder wo du auch mal sagst, ja, keine Ahnung. Machen wir mal ein Beispiel, du hast mir Blumen geschenkt und ich habe dir ein Glas bestellt, also ein ganz normales Glas, weil ich halt keine Vase habe und du dann gesagt hast, hey, wir brauchen aber mal eine Vase, damit die Blumen auch ordentlich drinstehen, zum Beispiel sowas. Mir ist das nicht wichtig eigentlich, also mir war das immer egal. Und, ja, solche Sachen. Kleinigkeiten. Ja, genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ich wollte sagen, genau, dann kommen dann immer so Kommentare, was würdest du denn jetzt sagen? Also das, was ich in meinen Videos immer so sage, ja? Ja, ist das auch, also lebe ich das oder ist da, ja, übertreibe ich oder ist das irgendwie, man kann ja viel reden, aber das dann auch leben und umsetzen ist noch eine andere Sache. Ich denke schon, dass wir das schon leben. Ja, also nicht nur du, sondern wir. Und das, das erinnert sich auch immer wieder weiter, so wie mit der Playstation zum Beispiel. Wir hatten, oder ich habe die Playstation mitgebracht und Blu-Rays und diesen ganzen Schnickschnack, naja. War jetzt nicht so viel, aber es war halt schon so, wir haben so zwei Weinkisten und die war, zwei, also zwei Weinkisten so, das als Regal genutzt, die waren schon voll mit DVDs und Blu-Rays. Aber, das ist zwar auch schön, ne? Aber ich habe weder gezockt, ne? Wir sind es damals, wenn die Kids da waren, aber die dann eben auch wieder gezockt und dann, ja, Blu-Rays, da gucken wir dann eher dann über Netflix, auch wir haben das, auch Werbung. Ja, und dann ist das Ding halt dann weggekommen, ja, weil... Und das nicht, weil ich gesagt habe, ey, die kannst du mal aussortieren, sondern dann hast du dann auch von alleine gesagt, eigentlich brauchen wir die gar nicht. Nee. Und das, da gibt es halt viele, viele Sachen, die immer mal wieder auftauchen und man sagt, okay, braucht man, weiß ich nicht, einmal im Jahr muss das jetzt überflüssig. Genau. Ich meine, das ist schon so, muss ich ja auch zugeben, dass ich bei manchen Sachen, wo ich mir gerne wünsche, dass die weg wären und wenn Sascha dann erst sagt, nein und ich das dann länger beobachte, keine Ahnung, haben wir jetzt aber ein halbes Jahr nicht, zum Beispiel deinen Sessel, den du ja so toll findest und du ihn so liebst, weil er so super bequem ist. Wir jetzt, hä? Ja, ja, mein Fernsehsessel. Ja, dein Fernsehsessel und wir wohnen jetzt hier seit Oktober, das sind Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, also siebeneinhalb Monate. Und ich habe zweimal drin gesessen. Ich habe zweimal drin gesessen. Zweimal doch. Gestern hast du einmal drin gesessen. Vorgestern. Ach, vorgestern. Vorgestern habe ich drin gesessen und ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, weil der ist verstört, habe ich gesagt, du sitzt da ewig drin, benutzen den nicht. Klar, der ist toll, der Sessel, aber benutzen den doch überhaupt gar nicht. Und das sind so Sachen, die, ja, da bin ich halt irgendwie nervig vielleicht. Aber es passiert aber schon, dass wir auch dann da auch schon mal eine Diskussion drüber haben. Wenn du sagst, wenn du sagst, ich brauchst das gar nicht, das kann weg, wie zum Beispiel mal eine Radflasche. Und ich dann sage, ja, nee, die schweizt das gar nicht. Ja, nee, ich habe es versucht mit den anderen, das ist nicht so erfolgreich gewesen. Von daher, irgendwo muss man dann auch mal sagen, nee. Genau, aber es wird wahrscheinlich der Tag wieder kommen, wo ich dann sage, hm. Hm, ne, manchmal klatschen, manchmal allen nicht. Bist du genervt von mir dann? Nein, 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 nein. Nein, ist dann nicht. Ja, genau. Ja, also das ist halt schon so, dass man, also das Schöne ist ja dann auch in einer Beziehung, dass man sich gegenseitig bestimmte Dinge einfach bewusst werden lassen kann. So wie du das gerade gesagt hast, man nicht unbedingt, man braucht ein Vorbild, aber jemanden, der einem den Spiegel vor die Nase auch hält oder der einen mal so mit der Nase drauf stupst. Und das ist ja umgekehrt genauso. Boah, mir fällt jetzt kein Beispiel an, mir fällt dir eins ein. Ja, jetzt gerade nicht. Ah, das war scharf. Wir machen jetzt einen Schlitt und dann überlegen wir nochmal so ein bisschen und dann füllen wir uns ein. Ja, genau. Na schon, du hast auch schon eine sehr positive Wirkung auf mich. Du hast mir auf jeden Fall sehr viel Selbstbewusstsein geschenkt in vielen Dingen. Wo ich vorher dann immer so gesagt habe, hast du mich immer schön aufgebaut. Ja. Das auf jeden Fall. Okay, also, bewusst leben wir hier. Und genau, du kommst halt eher, also wie du schon gesagt hast, eher dann so aus diesem extremen, kann man extremen Konsumverhalten sagen. Also wenn du jetzt heute sagen würdest, du hättest das Geld jetzt, was du damals gehabt hättest und würdest jetzt das Geld beiseite legen, was, also genau, es hat sich dann, deine Ansicht dazu hat ja auch, hat sich auch geändert. Du hast einen neuen Job, ne? Du hast dann auch gesagt, bevor ich irgendwie die ganze Zeit arbeiten gehe und ein Set Cola habe und das für irgendeinen Scheiß ausgebe, aber keine Freizeite, gehe ich doch lieber weniger arbeiten oder habe geregelte Arbeitszeiten und mache was auch, was mir Spaß macht. Und dann halt, dann habe ich halt weniger Geld, aber... Also extremen Konsum würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon im Flow, ne? Ja, wie jeder, der dann samstags nichts mit sich anzufangen weiß und dann gehen wir in die Stadt, gehen wir shoppen. Ja. Das, das gibt's nicht. Muss auch nicht sein. Ähm... Also ja, da hat sich schon viel, viel geändert, so generell. Also Freizeit ist dir aber jetzt auch wichtiger, als eben arbeiten zu gehen und beziehungsweise viel Geld zu haben. Also du sagst, das wollte ich... Ja, aber das, ja okay, das, da sollte sich halt auch mal jeder dann irgendwie mal Gedanken machen. Ich sehe das aus meinem Umfeld, Bekannten, Verwandten, Familienkreis, es war immer wichtig zu arbeiten und gutes Geld zu verdienen und... Damit man sich was leisten kann. Ja, genau, damit man sich was leisten kann. Ja, aber letzten Endes hat man dann das ganze Leben lang gearbeitet und konnte sich zwar dann, weiß ich nicht, ein tolles Auto leisten, was man sich dann liest oder ja, Urlaub, wie man dann mit Kreditkarte bezahlt, wo man dann ganz sicher drauf spart, beziehungsweise das dann noch ein ganzes weiteres Jahr abbezahlt. Da gibt's ganz viele Beispiele und da muss man mal einfach drüber nachdenken, ob das wirklich das ist, was man will oder ob man einfach sagt, nee, ich will das eigentlich gar nicht, ich hab einen guten Job, ich verdiene auch gutes Geld, also ich muss jetzt nicht, weiß ich, nicht jeden Monat 2.000 Euro noch beiseite legen können, die ich dann sowieso vielleicht für Schnickschnack ausgebe. Ja. Ja. Aber das ist es ja. Alte, alte Welt, neue Welt, sondern einfach zu sagen, okay, ich bin halt froh und wenn ich dann auch mal um, weiß ich nicht, 15 Uhr Feierabend habe, ja, Wetter ist schön, dann gehen da draußen in den Park, gehen wir auf der Decke und machen einfach gar nichts mehr. Ich genieße dann auch mal das Leben. Ja. Und auch den Moment einfach genießen zu können dann, ne? Ja, ich hab früher auch im Büro gearbeitet und war dann um 6 Uhr schon im Büro, ja, hab dann bis um 17 Uhr oder 18 Uhr dann da rumgehangen und war dann erst 18, 19 Uhr zu Hause. Das muss man nicht haben, ne? Aber das ist glaube ich auch so dieses Standard-Ding, ne? Man heiratet, man kriegt Kinder, ja, dann baut man Häuschen und dann muss man das alles bezahlen und dann hat sich auch irgendwo ein Lebensstandard entwickelt oder eingestellt und versucht man zu halten und dann muss irgendwie die Kohle reinkommen, dann arbeitet man halt die ganze Zeit dafür. Und damit man sich mehr und mehr, damit man mehr konsumiert. Genau. Ja, aber das merkt man in dem Augenblick gar nicht, aber das, 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 ja, man kommt halt nicht raus. Das ist halt dann schon so ein Teufelskreis. Da muss man aber sagen, ne, so jetzt ist Teil abend, wir müssen hier noch nicht weiter.